Hallo liebe Hater Wie ist die Lage bei Hader? In der Liga alles lame Was gibt's sonst noch so zu reden? Und wer ist gerade Fame? Keine Ahnung Stricklosche Keine Ahnung Warum sind deine Flos so kackert? Warum ist dein Verein so weg? Warum kriegen wir nichts gebracht? Warum fragst du mich? Du kriegst keine Ahnung Reden Hase empfeln Haten Alles mögliche Hier bei der Stricklosche Nur bei der Stricklosche Deine Ahnung Ich mach das jetzt wie Tom, der auch Halt sagen, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben Hahaha Hahaha Oh hier noch völlig ungestylt Ich bin sofort vor den Rechner gerannt Es ist Schlusspfiff Hallo Herr Tarner Hallo Herr Tarnerin Hallo liebe Hater Hallo Andi K. Mein Schatz Danke für dein Abo Ja, was soll man sagen 1-1 Braunschweig gegen Hertha Genau mein Tipp gewesen Wie ihr wisst Ach, wieder mal richtig gelingen Es ist doch wohl klar Ey, Selbsthilfegruppe Curly Sue natürlich Blaue Teufeltag auch Hallo Herr Ja, was soll man sagen Also ich muss sagen Ich bin jetzt nicht deprimiert Aufgrund der ersten Halbzeit Bin ich eigentlich zufrieden mit dem 1-1 Klar ist es zu wenig, muss man sagen Und es ist halt Ich finde es ist erschreckend Wenn man sieht Wie krass zwei Gesichter wir heute gezeigt haben Die erste Halbzeit Einfach unterirdisch wieder mal Finde ich Ich schalte mal um Hier unsere Startaufstellung Martin Dardai war nicht in der Mannschaft Ich weiß gar nicht, ob er verletzt ist Ob überhaupt irgendjemand Weiß, warum er nicht im Kader war Ob er verletzt war Ich habe nichts gelesen Ich hatte allerdings auch Studio Ich kam genau zum Anpfiff erst raus Und war überrascht Als ich gesehen habe Martin ist nicht Ist nicht Neben Clemens in der Innenverteidigung Dafür Leisner wieder reingerutscht Ja, auch mit einer soliden Leistung Und dann Niederlechner Wie gedacht Vorne für Tabakovic drin Ansonsten Palko auf A10 Bucher Lackes Neben Barcourt, Grese und Winkler Auf den Flügeln Winkler fand ich mega enttäuschend Hat man überhaupt nicht gesehen Auf dem rechten Flügel Und auch die ganze erste Halbzeit Für mich Wenn du in Braunschweig spielst Braunschweig zwar gut Die letzten Spiele Aber Nach der ersten Halbzeit Als wir 0-1 hinten lagen Habe ich eigentlich gedacht Ja, verdient Also wenn du in Braunschweig So spielst Dann hast du es auch einfach Nicht verdient Irgendwie Boden gut zu machen Nach oben Sondern muss man einfach sagen Das ist einfach zu wenig Und Was man auch mal sagen muss Ich habe es ja schon Ein paar Mal gesagt Bucher Lackes Ich weiß Dass Tom und Auch Dennis zum Beispiel Ihn sehr gut finden Er ist ja auch Habe ich ja letztes Mal auch gesagt Er beruhigt das Spiel Macht halt auch viele Pässe Aber er ist einfach Zu Larifari Das ist einfach Schon wieder ein Fehler Der auch wieder Auf seine Kappe geht Ähnlich Erinnert mich so ein bisschen An Kempf Der auch oft solide spielt Aber dann trotzdem Einen Bock macht Und auch bei Bucher Lackes Es ist jetzt nicht das erste Mal Dass er einfach so Ein Völlig Unnötigen Fehler macht Jetzt kann man natürlich sagen Ernst Muss den Ball da jetzt Nicht auf ihn spielen Aber ganz im Ernst Sorry Den muss man auch Einfach anders verteilen Das hat einfach Bucher Lackes völlig verpeilt Und für mich geht das Tor Voll auf seine Kappe Das 0-1 Oder 1-0 Für Braunschweig Ähm Ja Und ansonsten Die Mannschaft Einfach zu wenig Ich finde Du musst In Braunschweig Nicht so spielen Als wenn du keinen Bock hast Den Ball zu haben Irgendwie Uns ist nichts eingefallen Das kam einem auch Nicht so vor Als wenn wir jetzt Irgendwie interessiert Daran wären Das Spiel zu machen Ähm Also viel zu wenig Ähm Ja Und dann haben wir halt Gewechselt Zweite Halbzeit Ein komplett anderes Bild Ähm Bucher Lackes ist raus Linus Gechter dafür rein Maser für Winkler Dafür ist dann Palko auf die Äh Auf die rechte Außenbahn gegangen Äh Ibo Als Zehner Und Tabakovic Auf Ähm Die Sturmposition Alter Man hat sofort gesehen Das ist ein ganz anderer Drive drin Wir hatten Bock Den Ball zu haben Wir hatten Haben auch geschafft Chancen zu kreieren Und dann fragt man sich Warum nicht gleich so Ja Also für mich Eine richtig Richtig gute Zweite Halbzeit Ähm Gleich von Anfang Hat man gedacht So alter Jetzt geht es richtig ab Und dann auch In der 52. Minute Tor von Ibo Maser Mega geil für ihn Das freut mich so sehr Nach der langen Verletzung Jetzt kommt er Schon Bekommt er schon 45 Minuten Und macht sofort das Tor Geile Vorarbeit Von Rehse Ähm Der 24. Vorlage Oder 24. Torbeteiligung Sagen wir es mal so Im 24. Pflichtspiel Ey Ist er einfach Ein absoluter Gigant Ähm Ja Und Ibo Macht das Ding Richtig geil rein 1-1 Und Ja Dann hatten wir einfach Eine absolute Druckphase Wo man auch gesehen hat Ey wir können es ja Wir können ja auch Ähm Mit Ball Das Spiel kreieren Es war für mich Super schön zu sehen Dass es eben doch so ist Ähm Die Wechsel von Von Paul haben sofort gezogen Ähm Ja und dann War es im Endeffekt so Dass wir Spielbestimmt waren Hatten viel mehr vom Spiel Haben Ähm Viel mehr Chancen gehabt Dann kam Braunschweig wieder mal Mit einer Phase Wo wir so ein Zwei Chancen hatten Ähm Wo man auch sagen muss Dass Kenny einmal richtig geil Den abgrätscht Und auch Ich glaube Leisner war es Der Äh Auch Einmal richtig geil Den Ball erobert hat Hinten Pascal Klemens Muss man auch wieder mal sagen Ey dafür dass der so jung ist Wie krass Abgezockt Er ein Zwei Mal da Äh Den Ähm Braunschweiger eigentlich Durch Durch sein Stellungsspiel Einfach nur Äh Den Ball Abgeluchst hat Also einfach richtig geil Und ähm Dann gibt's Äh Die rote Karte Gegen Ich weiß gar nicht Wer runtergeflogen ist Von Braunschweig Auf jeden Fall Krasses Wieder mal Krasses Foul Komplett Aufs Knie Ich weiß gar nicht Was der Sky Reporter Da gesehen hat Der meinte so Er hat ihn Mit den Töppen Übers Knie gekratzt Alter Der hat ihn doch nicht Mit den Töppen Übers Knie gekratzt Alter Das war ein richtig Hartes Ding Glatt rot Und voll berechtigt Können wir richtig Glück Glücklich sein Dass Palco da Sich nicht krass Verletzt hat Gott sei Dank Ey Ich dachte schon so Oh Gott Der fällt jetzt wieder Aus für zwei Drei Monate Aber Gott sei Dank Nicht viel passiert Und dann haben wir halt Überzahl Ich glaube noch 15 Minuten Ich glaube 75 War es so ungefähr Und Ja Dann haben wir halt Richtig gedrückt Und haben es aber Nicht geschafft Das Tor zu machen Und das ist jetzt halt Die Frage Was sagt man jetzt Mann ey Wir haben jetzt Zwei Punkte Verschenkt Oder muss man Nach der ersten Halbzeit Sagen Ey Ist okay Wir haben nicht verloren Und Ich würde Ja Ich würde fast dazu tendieren Aufgrund der roten Karte Ist es zu wenig Und wir hätten Den Dreier eigentlich Noch holen müssen Aber es ist nicht so Dass man jetzt Krass enttäuscht Ist Also so geht es mir Zumindest Ich weiß nicht Ich sehe es halt auch so Zwei Punkte verschenkt Aber es ist nicht so Dass man jetzt denkt Oh Mann ey Ihr Idioten Sondern Aufgrund der ersten Halbzeit Hätten wir die Zweite Halbzeit Wie die ersten gespielt Dann wäre ich Dann wäre ich Richtig abgefuckt Gewesen wieder Also ich weiß Dann hätte ich gesagt Ey Wir haben es auch Einfach nicht verdient Da oben Mitzuspielen Das ist einfach so Und jetzt Nach der zweiten Halbzeit Muss man sagen Ey Jetzt mal schauen Wir haben nicht verloren Auswärts einen Punkt geholt Und jetzt Zuhause Gegen Kiel Das wird jetzt halt Der Gradmesser Kiel oben dran Wir haben Heimspiel Im eigenen Stadion Da wird man dann sehen Wo die Reise hingeht Ach ja Ich schalte mal wieder um Ist ja lieb Dass ihr mich sehen wollt Voll cool Ihr geilen Schweine Soll ich mal Soll ich mich da mal reinbauen Oder wie Guckt mal Da bin ich Ja also So sehe ich das Es war irgendwie klar Dass es ein schweres Spiel wird Und Das Ist leider so Wir haben zwei Punkte verschenkt Auch weil das Spiel Eigentlich Dadurch dass sich Braunschweig Da nicht hinten reingestellt hat Und Die ganze Zeit probiert hat Eigentlich Auf Sieg zu spielen War es eigentlich ein Spiel Wie für uns gemacht Um auswärts auch die Punkte zu holen Finde ich Ja aber wie gesagt Die erste Halbzeit war so Grotte wieder mal Und die zweite dann Eine so deutliche Steigerung Dass ich jetzt Irgendwie jetzt nicht Abgefuckt ins Wochenende gehe Und sage so Oh Mann ey Wir haben wieder alles verloren Sondern Ich kann damit leben Ich weiß nicht wie es euch geht Was sind eigentlich die Ambitionen von Hertha Fragt Stuckibo Tja die Ambitionen sind eigentlich Glaube ich Ins erste Drittel Also die Saison abzuschließen Unter den ersten Sechs würde ich mal sagen Und Einfach Einfach besser zu spielen jetzt Wir haben halt so viele Ausreißer drin Wo es halt wirklich scheiße ist Wo man denkt Wir schaffen es nicht Gegen eine Mannschaft Die dann defensiv steht Chancen zu kreieren Und das War Heute gut in der zweiten Halbzeit Dass man gesehen hat Ey wir schaffen es doch Wir schaffen es doch Chancen zu kreieren Reze halt Der ist halt einfach krass Auch wenn er jetzt heute Nicht getroffen hat Aber der hat immer eine Situation Die zum Tor führt Ivo Maser Macht auch Mega Hoffnung Palko Dardai Auch Barkok Fand ich Jetzt ist es komisch In der zweiten Halbzeit Immer wenn wir Offensiver spielen Und auch pressen Richtig krass Dann sieht Barkok Viel besser aus Weil Vielleicht Er nicht so denkt Er ist Der Einzige Der jetzt irgendwie Die Bälle spielen kann Er hat mir in der zweiten Halbzeit Auch richtig gut gefallen Ich würde so ein bisschen hoffen Dass Dutzi Fit genug ist Um jetzt wieder zu spielen Weil ey Karbovnik war schon wieder Drei Vier Situationen Für mich Wo man denkt So Alter Er will es ja Ich will ihm das gar nicht Absprechen Er geht dann auch Mit Zug gut nach vorne Aber er Macht Irgendwie am Ende Immer das falsche Finde ich Naja Genau Reza hat drei Spieler Einfach die ganze Zeit Gebunden Der ist halt einfach Krass Und irgendwie Lehmt das Vielleicht auch Die Spieler Weil sie denken Es ginge alles Von alleine Nee Das finde ich nicht Ähm Dass die denken Es geht von alleine Die haben halt schon Alles gegeben Irgendwie Also ich hatte jetzt nicht Ähm Den Den Das Gefühl Dass das Dass das Unambitioniert ist Oder sowas Flo macht den Trainer Warum soll ich denn den Trainer Mache ich gerne Leute Kein Problem Ähm Ja Also man muss sagen Achso Ich wollte ja noch mal Auf die Tabelle gucken Das haben wir jetzt noch Gar nicht gemacht Ich schalte noch mal um So richtig So richtig sehen Wird man es jetzt Nächste Woche Was das heute Wert ist Oder nicht wert ist Wir müssen Gucken Was jetzt mit dem Heimspiel ist Und dann Sehen wir mal weiter Kiel Hat ja schon Gegen Pauli Verloren Gestern Krasses Game Überhaupt Und Klar wir haben jetzt Nicht viel gut gemacht Wir haben 33 Punkte Allerdings Muss man sagen Dass Ähm Osnabrück Gegen Hannover Gewonnen hat Hätte man auch nicht gedacht Hannover war ja Ist auf dem vierten Gesprung Sind Der fällt auch nur Vier Punkte Von uns entfernt Also die ersten Sechs Sind Schon in Schlagdistanz Und wir spielen Nächste Woche Gegen Kiel Die auf dem zweiten Stehen Das ist so ein bisschen Gradmesser Wie weit wir sind Irgendwie Und Kiel Und Kiel wird sicherlich auch Auf Sieg spielen Die wollen Aufsteigen Und Können wir Vorstellen Dass es ein richtig Krass Ein richtig krasses Game mit offenem Visier gibt Und da kann ich Also ich freue mich Richtig drauf Ich glaube das wird Ein geiles Spiel Ich bin mir nicht sicher Ob wir gewinnen Aber ich glaube Es wird ein geiles Spiel mit vielen Chancen Und ich Fürchte Oder hoffe Auch mit viel Toren Ihr Schweinebacken Also was ich gehört habe Wurde die Einstellung In der ersten Halbzeit kritisiert Äh Die Einstellung Also ich fand jetzt nicht Dass in der ersten Halbzeit Äh Man irgendwie Sagen konnte Hertha wollte nicht Sondern Äh Ich fand einfach Die Taktik Äh Falsch So Also die Herangehensweise Ich hätte das halt schon Offensiver gemacht Wäre ich Trainer Hätte ich gesagt Leute Presst richtig krass Geht richtig Auf die Auf die Auf den Ball Probiert den Den Ball früher Zu kriegen Lauft und Spielt offensiv Zwar halt zu verhalten Fand ich Die erste Halbzeit War viel zu Abwartend Ähm Hätte man auf jeden Fall Ruhig mal mit Ein bisschen Selbstvertrauen Und Offensivgeist Spielen können Aber gut Wie gesagt Zweite Halbzeit Da Dafür Viel Mutiger Und Auch cool Gentleman Muss man auch sagen Mit Maser Und Palco Sind jetzt Natürlich auch Zwei Spieler Wieder Dazugekommen Die uns Die uns halt auch Extrem gut tun Also Ja Ich würde sagen Lass uns das So abrunden Es ist schade Weil wir hätten Den Dreier Heute holen Können Oder vielleicht Auch müssen Aufgrund der Zweiten Halbzeit Und der Roten Und klar Kann man jetzt Wieder sagen Hätten wir den Jetzt geholt Dann wären wir Auf dem Sechsten Punktgleich Mit Gräuter Fürth Aber Leute Ganz im Ernst Der Aufstieg Ich glaube Den können wir Sowieso Also Müssen wir uns Einfach abschminken Immer darauf Zu gucken Ich mache das Jetzt wie Tom Der auch immer Sagt Ich arbeite Und lässt Seine Freundin Die Möbel Zum Ich glaube Dass Das Einfach Gegessen Ist Und Dann muss Man Irgendwie Auch Sagen Geil Zweite Halbzeit War halt So eine Steigerung Und Vielleicht Ist man Auch Ein Bisschen Ja Was weiß ich Komm Vor den letzten Beiden Spielen Hat man gedacht Wir rutschen Unten rein Jetzt haben wir 33 Punkte Sind Drei Also haben Aus den letzten Drei Spielen Sieben Punkte Geholt Das ist jetzt Nicht so schlecht Und Dann schauen wir mal Schauen wir mal Wie wir jetzt Gegen Kiel Spielen Und wenn wir Gegen die Gewinnen Dann Dann Revidiere ich Sowieso Auch schon wieder Was ich Gesagt Hab Dann Sind wir Plötzlich Auf Fünften Und Sind Während Dann Ich weiß Schon Wieder Ich Quatsch Auch Jede Woche Was Anderes Aber Ist Ja Auch Dafür Sind Wir Auch Die Strick Loge Dann Hätt Man Nämlich 36 Punkte Und Die Anderen Spielen Glaube Ich Auch Also Wir Wir spielen Gegen Kiel Schalke Ja gut Da wird Pauli sicher Safe Gewinnen Fürth Spielt Beim KSC Die gut Drauf sind Also Da könnte Schon Es könnte Schon Passieren Wenn wir Gewinnen Dass wir Plötzlich Auf Sechsten Platz Mit Schlagdistanz Sind Gut Der HSV Wird wohl Zuhause Gegen Osnabrück Gewinnen Und Das ist Es halt Leute Guckt Euch Das mal An Also Wenn wir Noch Unter Die Ersten Sechs Kommen Dann Können Wir Zufrieden Seien Glaube Ich Ist Vielleicht Natürlich So Dass Man Sagen Muss Ja Wir Würden Super Gerne Aufsteigen Oder Wenigstens Dritter Werden Aber Ja Ich Habt Ja Im Stream Mit Dennis So Ein Bisschen Gesagt Für Mich Ist Jetzt Wichtig Dass Man Für Nächste Saison Die Leute Bindet Die Wo Man Sieht Dass Die Wird Dass Ich Glaub Palko Dardai Hat Eh Noch Einen Vertrag Aber Benze Gächter So Leute Auf Jeden Fall Bleiben Und Nicht Gehen Weil Sie Denken Scheiße Wir Haben Angebot Jetzt Vom Erstliga Klub Benze Ja Benze So Ein Bisschen Die Frage Und Ich Würde Mal Achso Das Wollte Ich Ja Noch Wissen Hat Jemand Weiß Jemand Was Mit Marton Ist Ist Marton Verletzt Oder Oder Ist Irgendwas Vorgefallen Airtime Wir spielen Heute Unentschieden Und In Kiel Gewinnen Wir Gewinnen Nicht In Kiel Sondern Kiel Kommt Ja Zu Uns Ach Der Ist Krank Alles Klar Noch 33 Punkte Zu Holen Rob Jango Sieht Aus Heute Sieg Und Nächste Woche Gegen Kiel Sieg Wären Wir Sehr Gut Dran Ja Aber Wir Haben Heute Wir Haben Heute Nicht Gewonnen Und Ja Ich Glaube Wie Gesagt Ich Glaube Damit Kann Man Gut Leben Mit Punkt Ich Hätte Ich Hätte Gedacht Nach Der Ersten Halbzeit Das Ding Verlieren Wir Und Wären Richtig Nieder Geschlagen Ja Also Einfach So Auch Vom Spiel Prinzip Einfach Richtig Abgefuckt Ins Wochenende Gehen Und Dann Nächste Woche So Geknickt Seien Dass Das Nichts Wird So Kann Man Sagen Wer Weiß Martin Ist Krank Du Meinst Den Martin Mikado Was Ist Mit Michi P Naja Ey Leute Ich Muss Jetzt Zum Geburtstag Von Meim Vater Familien Geburtstag Ich wollte Einfach Nur Kurz Euch Sagen Dass Sieben Punkte Aus Drei Spielen Nicht Ganz So Schlecht Sind Und Ihr Deswegen Den Kopf Jetzt Heute Nicht Hängen Lassen Müsst Klar Wären Mehr Dring gewesen Aber So Ist Auch Gut Und Ich Glaub Gegen Kiel Wird Es Ein Geiles Spiel Ich Bin Eigentlich Oh Ne Ich Sag Es Nicht Ich Sag Lieber Nichts Ich Halt Lieber Die Schnauze Sonst Geht Es Nach Hinten Los Ich Sag Nicht Dass Ich Optimistisch Bin So Also Ich Wünsche Euch Allen Jetzt Ein Cooles Wochenende Und Seid Nicht So Traurig Ha Hu Hey Ihr